Ja, hallo Kreuzfahrtfreunde, der Nico hier von Dream Travel You. Ja, heute möchte ich dir mal einen Überblick geben über sechs Schiffsradarseiten, damit du die Möglichkeit hast, zukünftig, wenn du Interesse hast, mal zu erkunden, wo dein Schiff sich auf der Welt befindet, da nachzuschauen. Die sechs Seiten zeige ich dir dann gleich im Überblick und darüber hinaus tue ich sie dir auch unten in meiner Videobeschreibung verlinken. Somit kommst du immer einfach und bequem darauf. Darüber hinaus finde ich es auch ziemlich genial, da du auch so die Chance hast, immer digital deine Liebsten sozusagen auf See zu begleiten. Du siehst, wo sie sich aufhalten und kannst so ein Stück weit bei ihnen sein. Ja, wir gehen kurz in den Überblick. Die Schiffsradarseite Nummer 1 ist der Weselfinder.com. Du siehst ihn hier schon. Wie gesagt, ich verlinke ihn dir unten. Erklären im Detail tue ich die Seiten jetzt nicht. Dazu mache ich dir gerne ein separates Video. Wenn ihr das wünscht, schreib es einfach in die Kommentare. Du klickst einfach unten auf die Seite oder rufst die Seite auf und klickst dich einfach mal durch. Kannst du da alles immer leicht abchecken. Und ich denke, das erklärt sich auch bei einfach learning by doing. Hier oben rechts dann dementsprechend die Sprache wählen. Ja, Schiffsseite Nummer 2 ist der shipfinder.co. Das ist nochmal, wie du siehst, wieder eine andere Seite. Bei den Seiten kannst du dann auch schauen. Hier oben links, die haben jeweils eine Zoom-Funktion, wo du dann dementsprechend näher an dein Fahrtgebiet zoomen kannst oder einfach per Drag & Drop dich auf der Karte hier bewegen kannst. Ja, die Seite Nummer 3 ist der www.flatmoon.com. Du siehst hier auch eine Schiffsradarseite. Viele Schiffsradarseiten sind auch mit Live-Tracking. Du kannst es dann immer live nachverfolgen. Und das macht halt dementsprechend auch eine Menge Spaß. Seite Nummer 4 ist der www.marinetraffic.com. Ja, du siehst hier auch eine wunderschöne Seite. Einiges los. Wie gesagt, klick dich einfach durch. Manche Seiten kannst du dich auch registrieren und einloggen. Da gibt es dann, haben sie dann noch ein paar weitere Funktionen. Wie gesagt, schau es dir einfach in Ruhe an. Ja, Seite Nummer 5 ist der vielleicht auch bekannteste bei vielen Kreuzfahrtfans, der cruisemapper.com. Beim cruisemapper.com kannst du auch, wie gesagt, deine Schiffe anklicken. Was die Schiffsradarseiten auch oftmals gemeinsam haben. Du bekommst ja immer zum dementsprechenden Schiff, das du anklickst, auch viele nützliche Informationen. Hier beim cruisemapper.com ist noch hinzu zu sagen, dass es hier sogar eine App gibt für Android und iOS. Da klickst du einfach hier oben links darauf und wirst dementsprechend zur Cruisemapper Mobile App weitergeführt. Was auch, finde ich, sehr interessant ist. Wie gesagt, für iOS und Android beides. Ja, last but not least, der myshiptracking.com. Wie gesagt, du siehst, vom Aufbau sind die Seiten im Prinzip immer gleich. Einige wenige Details tun sie untereinander unterscheiden, aber da möchte ich jetzt im Speziellen nicht darauf eingehen. Da mache ich, wie gesagt, zu jeder Tracking-Seite eventuell bei Wunsch noch ein separates Video dazu. Also, ja, wie gesagt, schaust dir in Ruhe an. Du hast jetzt hier sechs gängige Schiffsradarseiten mit an der Hand, wo du einfach dein Lieblingsschiff, deine Räderei sozusagen orten kannst und Informationen dazu bekommst. Und auch, was ich eine coole Idee fand, auch sozusagen digital deinen Liebsten auf Gruß näher sein kannst, indem du halt einfach das jeweilige Schiff sozusagen anklickst und dementsprechend einfach mitverfolgst. Ja, in diesem Sinne würde mich freuen, wenn dir diese Info gefallen hat, wenn du einen Like da lasst. Und natürlich, um keine weiteren Info- und Tipps-Video rund ums Thema Kreuzfahrten zu verpassen, abonniere meinen Kanal, würde mich mega freuen und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du von YouTube immer informiert, sobald ich ein neues Video online stelle. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Liebsten noch viel Spaß auf Kreuzfahrt und ja, wir sehen uns online oder auf Deck. Euer Nico von Dream Travel You. Ciao, ciao.